Ho, 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 Metalheads! Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder gute Nacht, wann auch immer ihr uns seht, hier aus dem Landgasthof in Wacken. Wir schauen ein bisschen zurück auf das diesjährige Wacken Open Air 2023. Deshalb bin ich hier. Mein Name ist Tobi Wienke. Ihr kennt mich vom Livestream vom Sommer dieses Jahr bei Magenta TV. Und ich sitze hier im wunderschönen Landgasthof zusammen mit Holger Hübner und Thomas Jensen vom Wacken Open Air. Und wir wollen erstmal ein bisschen zurückschauen auf ein ganz besonderes Wacken 2023, denn es war sehr speziell. Kann man nicht anders sagen, oder? Ja, es war vor allen Dingen sehr emotional. Wir mussten ein Drittel unserer Family bei der Jahresparty, bei dem wichtigsten Event des Jahres, wo wir alle drauf hinfiebern, mussten wir ein Drittel unserer Family vor der Tür stehen lassen. Das war emotional fast nicht zu verkraften. Und da geht nochmal ein Riesendank an alle, die es ermöglicht haben, dadurch, dass sie zu Hause geblieben sind oder am Ortsschild Wacken sogar noch umgedreht sind, wieder zurückgefahren sind oder nach Hause geflogen sind. Ein Riesendank an unsere Heroes, die die Party dieses Jahr überhaupt ermöglicht haben. Vielen, vielen Dank. Und top natürlich an alle Behörden, an das gesamte südliche Schleswig-Holstein, an Traktorfahrer, Hackschnitzelfahrer, an unsere Crew, an die Künstler. Wir haben dann doch, trotz dieser eigentlich großen Katastrophe, dass wir nicht alle reinbekommen haben, dann doch ein sehr geiles Festival hinbekommen für die, die drin waren. Und ja, dafür sind wir sehr dankbar und wollen das auch hier nochmal am Jahresende... Genau, und wir haben ja das große Geschenk, dass wir Solidarität bekommen, eben auch. Das ganze Land steht für Deutschland, die ganze Region hier, alle haben mitgeholfen, alle haben ihre Höfe, ihre Ferienhäuser geöffnet. Wir haben Hungrier Wolf gehabt, der Flugplatz bei Itzehoe, der komplett noch genutzt worden ist mit 6.000 Gästen, die dort gekämpft haben. Wir das ganze Wochenende eben auch, die geschuddelt worden sind, die dort verpflegt worden sind. Mit Mambo-Kuppert, Feierfahrt, das waren da, Rote Kreuz, alle haben dort mitgeholfen eben auch, gleich laut auch beim Volksparkstadion. Vielen Dank auch nochmal hier an die Kollegen vom Volkspark. Also wie gesagt, alle haben da ihre Solidarität gezeigt und haben uns geholfen, haben die Fans geholfen. Denn Schlechtwetter haben immer mal gehabt, aber jetzt in dieser Form, so wie es war, gab es eben noch nie. Und früher gab es Schlechtwetter, aber die Leute waren alle da. Und jetzt waren die noch nicht alle da und da kam eben das Thema eben auch dann. Das war der Blick zurück auf den Sommer dieses Jahr, 2023. Ihr habt aber seitdem euch auch den Kopf zermatert und überlegt, Mensch, wie kriegen wir das noch besser hin? Und ja, sagt uns doch mal, was wird 2024 anders laufen bei der Anreise zum Wackenhofenmeer? Die Good News ist, ihr könnt schon, zwar ein limitiertes Kontingent, kann schon am Sonntag anreisen. Das heißt, eine gesamte Woche Wacken. Sonntags kann man anreisen, da braucht man Exzesspässe für alle Tage, die sind ab Ende Januar buchbar. Das ist alles ganz genau beschrieben auf wacken.com. Ja, und wir freuen uns natürlich, also ein Tag mehr. Eine ganze Woche Wacken. Ab 8 Uhr, mach ein bisschen DJ, ein bisschen Kasper da, ist gut. Ja, sehr schön. Es wird das eine oder andere Getränk geben, Stände sind auf, Campingplatz, das freut uns natürlich besonders. Das wird die Anreise entzerren und Special Campingprodukte, da sind teilweise die Exzesspässe schon mit drin. Aber das ist alles ganz genau beschrieben auf wacken.com. Die sind aber hier schon voll buchbar, das ist für viele Weihnachtsgeschenke ja auch, um zu verschenken, gerade so tolle Geschenke auch. Und daher eben jetzt auch aktuell buchbar. Alles klar, gut. Also ein Teil der Special Campingdinge sind ab sofort buchbar. Und ihr könnt sonntags bereits anreisen, aber egal an welchem Tag ihr anreist, wir müssen vorher... Aber limitiert. 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 Also Sonntag können wir nicht alle anreisen lassen. Mit Kfz limitiert. Wer in der Einreise kommt mit Bus und Bahn, der kann natürlich mit dem Schalter von der Zoo kommen. Vor früh. Das ist vor früh. Vor früh, ja logisch, vor früh. Jedenfalls, den Sonntag ist vor früh. Sind die Shuttle vor früh. Das ist ja auch... Genau, diese Exzesspässe braucht man nur fürs Kfz und man muss an jedem Tag sagen, ob ich jetzt Montag komme, Dienstag komme, Mittwoch komme, ich muss mich vorher registrieren und sagen, ich komme mit meinem Auto, mit meiner Crew an dem und dem Tag an, damit das besser koordiniert werden kann, nenne ich. Genau, wir brauchen einfach besser das Flächenmanagement und da müssen wir dementsprechend jetzt auch nachjustieren. Das heißt also, man meldet sich vorher an, sagt an welchem Tag man kommt und man kann auch schon sonntags anreisen, allerdings limitiert, das heißt, da sollte man schnell sein und sich am besten auch jetzt schon auf Wacken.com vormerken lassen, wenn man den Sonntag anreisen will. Gibt sich auch einen kleinen Sonntagszuschlag, denn Sonntagszuschlag ja auch dafür, weil eben der Aufwand sehr groß ist, ich mache das eben diesen Tag natürlich zu aktivieren, aber das tun wir uns denken alle mal an. Ja gut, okay, aber Sonntagszuschlag, wenn man DJ Hübi Live erleben darf, also von daher... Wolltest du nicht sagen. Nein, DJ Hübi Live am Sonntag, wenn ihr da vorher anreisen wollt mit eurem Kfz, euch vorregistrieren, aber für Leute, die mit Bus und Bahn anreisen, ändert sich nichts, im Gegenteil, die kommen sogar sonntags umsonst mit dem Shuttle hier hoch. Genau. Perfekt, super, also das sind ja wirklich mal sehr, sehr Good News fürs kommende Jahr. Ist auch Weihnachten, ne? Ja, ist auch Weihnachten, richtig, da kann man sich ja durchaus mal was wünschen, also von daher klingt nach einem sehr logischen Plan, habt ihr auch, ja, euch ordentlich Gedanken gemacht, dass das halt runder wird und wie man es besser koordinieren kann. Weißt du, nach dem Fest ist vor dem Fest. Nach dem Fest ist vor dem Fest, genau, richtig. Apropos Fest, festlich wird es ja jetzt auch die Tage, von daher, ich sage mal so, die wichtigsten Infos sind draußen. Eine Menge Good News fürs Wacken 2024, ein Tag länger und ein paar Änderungen zur Anreise, falls ihr nicht mitgekommen seid und nicht mitgeschrieben habt, auf wacken.com könnt ihr alles nochmal finden, da ist es auch nochmal ganz genau erklärt, falls ihr da noch Fragen habt oder irgendwas nicht ganz klar war. Ich sage danke an Holger und Thomas, danke für dieses wunderschöne Weihnachtsgeschenk. Ja, Merry Christmas and a Happy New Year. See you, Wacken, Rain or Shine.